Die Raumfahrt-News in unter 60 Sekunden. Artemis I erfolgreich gestartet. Neue grandiose Bilder von James Webb. Rocket Factory Augsburg teilt gegen Ariane aus. Space Force bringt X-37B nach Rekordmission zurück. Europa Space Rider bringt Wiederverwendung erstmals auch nach Europa. SpaceX testet 14 Raptoren an Booster 7 und steht laut Elon Musk vor Test aller Triebwerke und dem Orbitalflug. NASA kauft bei SpaceX ein zweites Mond-Starship für Artemis. SpaceX hat bald mehr Dragon-Raumschiffe, die zur ISS fliegen, als die ESA aktuell Astronauten. Das und noch viel mehr mit allen Hintergründen in voller Länge nur auf YouTube in den senkrechtstarter-Raumfahrt-News. Das Video heute wird von Clark gesponsert. Dazu später mehr. Fangen wir mit den Starts der vergangenen Woche an. Am Dienstag, den 15. November, ist von Jingquan aus eine Langermarsch 4C mit Yangan Erdbeobachtungssaalit gestartet. Startzeit war 2.38 Uhr MEZ. Am Mittwoch, den 16. November, hat das chinesische Raketenstartup Galactic Energy seine dreistufige Ceres-1-Feststoffrakete mit Jilin Erdbeobachtungssaalit gestartet. Startplatz war Jingquan und Startzeit 7.20 Uhr MEZ. 7.20 Uhr, da war ich schon über eine Stunde im Artemis 1-Tunnel. Ich kann es immer noch nicht glauben, aber um 7.47 Uhr und 44 Sekunden MEZ ist am Mittwoch, den 16. November, das SLS Block 1 mit Artemis 1 zu seinem Jungfernflug aufgebrochen. Wie auf der Pressekonferenz gesagt wurde, war der Flug wie erwartet und es gab nur kleine Dinge, die man sich jetzt im Nachgang anschauen wird, um sie bei zukünftigen Flügen zu verbessern. Damit hat das SLS tatsächlich seine Feuertaufe bestanden, aber auch die eigentliche Artemis 1-Mission mit dem Orion-Raumschiff, das auf seinem Flug durch das European Service Modul ESM gesteuert und versorgt wird, sind nun auf ihrer insgesamt fast einmonatigen Reise um den Mond und zurück zur Erde. Herzlichen Glückwunsch an alle Beteiligten, wirklich eine Riesenleistung. Meine detaillierte Zusammenfassung des Starts mit allen Hauptevents verlinke ich euch unter dem Video. Bevor wir zu den eigentlichen Raumfahrt-News kommen, wenn dir das Video bis hierher gefallen hat, lass dem Video gerne ein Like da und wenn du die spannenden Entwicklungen in der Raumfahrt nicht länger verpassen magst, genau unbedingt senkrecht Start abonnieren. James Webb liefert weiter atemberaubend schöne Bilder. Astrophysik ist nicht meine Stärke, aber da mich das Bild so fasziniert hat, dachte ich, es gefällt euch vielleicht auch. Die Isar schreibt zu dem Bild, dass die blauen und orangefarbenen Wolken durch Materie entstehen, die aus dem Protostern rausschießen und dann mit umgebender Materie kollidieren. Die unterschiedlichen Farben sind dann auf die Staubschichten zwischen Webb und dem Protostern zurückzuführen. Die blauen Bereiche sind dort, wo der Staub am dünnsten ist. Je dicker die Staubschichten ist, desto weniger Licht kann durchkommen, beziehungsweise desto weniger blaues Licht kommt durch, wodurch die orangefarbenen Bereiche entstehen. Dieser Protostern trägt die Bezeichnung L1527 und ist etwa 400.000 Jahre alt. In kosmischen Maßstäben also wirklich sehr jung. Protosterne als frühestes Stadium der Sternentwicklung existieren in der Regel etwa 500.000 Jahre. Die Rocket Factory Augsburg darf zukünftig ihr Helix-Triebwerk auf dem DLR-Testgelände in Lampholzhausen testen. Das DLR stellt die Infrastruktur für die Versorgung der Tests mit Kühlwasser und Stickstoff und ihre Sicherheitsinfrastruktur zur Verfügung. Die RFA baut dann einen eigenen Teststand auf. Höchste Zeit, würde ich sagen, ist ja schon ein bisschen traurig gewesen, dass die Startups für ihre Tests alle ins Ausland fahren mussten. Apropos RFA. Diese Woche war ja Spacetech-Expo in Bremen und auf einem Panel von RFA, ESA Aerospace, Ariane Group und ESA wurden die Töne rauer. Jörn Spurmann, CCO der RFA, griff sowohl die ESA und ihre Förderpolitik an, wo 50 Millionen Euro an sieben europäische Raketen-Startups verteilt wurden, die in den letzten drei Jahren über 1000 Jobs geschaffen haben und man gleichzeitig 6 Milliarden in die Entwicklung von Ariane 6 oder 7 steckt und allen erzählt würde, es würde halb so viel kosten wie vorher. Die EU gönnt sich ein eigenes Satelliten-Internet. Der Aufbau der EU-eigenen Satelliten-Konstellation Iris Quadrate wurde beschlossen. Steht für Infrastructure for Resilience, Interconnection and Security by Satellites. Das Projekt ist Anfang dieses Jahres vom EU-Subventionslaster gefallen, als man gemerkt hat, dass Satelliten-Internet jetzt ein Ding ist. Alter Ausschreibungstrick, wenn du trotz Vergaberecht kontrollieren willst, wer den Zuschlag bekommst, musst du es sicherheitsrelevant nennen. Dann schaut dir nämlich niemand über die Schulter, wenn du dir die Spezifikation von der Industrie schreiben lässt. Diese Satelliten sollen schön groß sein, damit nicht jeder sie bauen oder starten kann und von EU-Territorium aus fliegen. Das sehen dann alle, die ihre Micro-Launcher aus Norwegen oder Schottland starten, natürlich alt aus. Die NASA hat nun bestätigt, dass der aufblasbare Hitzeschild Lofted gezeigt hat, dass die Technologie funktioniert. Weiter, um auf den gerade erst erfolgten SLS-Start einzugehen. Man verfüge nun nicht nur über die Fähigkeiten, sehr große, schwere Dinge zu starten, sondern diese auch wieder heil durch die Atmosphäre zu bringen. Und dass dieser Erfolg ein großer Schritt auf dem Weg zur Erschließung und Erforschung des Weltraums durch den Menschen sei. Weiter hieß es von der NASA, dass man nun daran arbeitet, die Technologie auch kommerziell zu nutzen. Die NASA schließe derzeit ein Space Act Agreement mit ULA über die Anwendung der Lofted-Technologie für das ULA-Konzept ab, bei dem ein aufblasbarer Hitzeschild zur Bergung der Triebwerkssektionen des Vulcan Boosters verwendet werden soll. Spannendes Thema, heiße Technikfolge verlinke ich dir unter dem Video. Das Space Force Raumflugzeug X-37B ist am 12. November auf dem Kennedy Space Center der NASA in Florida gelandet. Mit 908 Tagen in der Umlaufbahn stellt es einen neuen Ausdauerrekord auf. Es war die sechste Mission des von Boeing gebauten und von der US Space Force betriebenen wiederverwendbaren Raumflugzeugs. Bei dieser Mission trug die X-37B mehrere wissenschaftliche Experimente des US-Militärs und der NASA. Während wir die militärischen Experimente nicht kennen, war eines der NASA-Experimente das Projekt METIS-2. Bei diesem Experiment, das für Materials Exposure and Technology Innovation in Space steht, können verschiedene Arten von Materialien lange Zeit dem Weltraum ausgesetzt werden. Das Raumflugzeug ist eine Weiterentwicklung des X-37A, das von der NASA in den späten 90er Jahren für den Einsatz vom Space Shuttle aus entwickelt wurde. Ich werfe mal einen Blick in die Glaskugel. Diese On-Orbit-Weltraumtests werden bei fallenden Startkosten massiv zunehmen. Das hat man auch in Europa erkannt. Die ESA entwickelt unter italienischer Führung an dem Space Rider. Für den Space Rider wurde jetzt eine Animation veröffentlicht. Die Teams, die am Space Rider arbeiten, bereiten sich auf eine Reihe von Falltests im Jahr 2023 vor. Auf erste Falltests mit kleinen Modellen wird ein Test in Originalgröße folgen, um den Erstflug einer WGC Ende 2024 vorzubereiten. In den Frachtraum des Space Riders passen bis zu 600 Kilogramm oder 1000 Liter Nutzlast. Mit dem Space Rider steht dann ein On-Orbit-Testbett zur Verfügung, das die Technologieentwicklung in den Bereichen Werkstoffe, Pharmazie, Erdbeobachtung unterstützt. Space Rider, ein cooler Name meiner Meinung nach. Der griechische Götter- oder Entdeckerkram, der geht mir mittlerweile auch ein bisschen auf den Keks, wenn ich ehrlich bin. Da kannst du Schüler ja auch gleich mit Büchern bewerfen und hoffen, dass Wissen beim Einschlag kleben bleibt. Akademischer Elfenbeinturm und so. Ich bin ja oft kritisch, was europäische Projekte angeht, aber der Space Rider hat meiner Meinung nach auch das Potenzial, bei einer Kommerzialisierung erfolgreich zu sein. Wie am Anfang des Videos schon erwähnt, wird das Video heute von Clark gesponsert. Die Clark App steht in Deutschland und in Österreich kostenfrei zum Download bereit und ich nutze die schon seit gut einem Jahr, um meine Versicherung zu managen. Ich stehe ja hier fast täglich vor der Kamera und da weiß ich einfach, dass gut gepflegte Zähne etwas sehr, sehr Wichtiges sind. Neben der Zahnpflege ist natürlich auch super wichtig, will ich mich da nicht auf den Standardschutz verlassen, sondern habe beschlossen, mir von Clark ein Angebot für eine Zahnzusatzversicherung machen zu lassen. Eine private Zahnzusatzversicherung bewahrt mich vor bösen Überraschungen, wenn es um Zahnersatz geht. Bei einem Zahnersatz, der nicht nur funktional, sondern auch ästhetisch ansprechend ist, ist es da sogar schnell richtig teuer. Das können auch schon kleinere Schönheitsreparaturen sein, die von der Kasse da nicht getragen werden. Clark vergleicht dann für mich Versicherungstarife von über 180 Anbietern und stellt mir Vor- und Nachteile übersichtlich zusammen. Die Entscheidung liegt dann aber trotzdem bei mir, was ich dann auswähle. Wenn auch du deinen Versicherungsschutz einfach mit dem Handy anpassen magst, den Link zur Clark App findest du hier unter dem Video. Neukunden bekommen mit dem Gutscheincode Starter45 pro hochgeladener Versicherung einen 15 Euro Einkaufsgutschein, wobei man maximal 45 Euro bekommen kann. Kommen wir zu den SpaceX News. Laut Michael Sheets von CNBC wird SpaceX einen weiteren Crew Dragon bauen. Nach den Crew Dragon Endeavor, Resilience, Endurance und Freedom wäre das dann die fünfte Dragon mit der Fähigkeit, Menschen ins All zu bringen. Zusammen hätten die fünf Crew Dragon dann die Fähigkeit, 20 Menschen gleichzeitig ins All zu befördern. Aktuell können die Crew Dragon aber nur von PET-39A starten, was so eine Party schwierig machen dürfte. Der Name des neuen Dragon ist noch nicht bekannt. Traditionell wäre die Namensgebung durch die erste Crew. Fun Fact, zusammen mit den drei einsatzbereiten Cargo Dragon hat SpaceX mehr Raumschiffe, die zur ISS fliegen können, als die ESA-aktive Astronauten. Aber die neue Astronautenklasse der ESA soll ja demnächst bekannt gegeben werden. ESA Ministerratskonferenz, Winter is coming. Kommen wir zu den Starship News. SpaceX hat in Boca Chica das erste Mal an Booster 7 14 Raptoren gleichzeitig gefeuert. Crazy. Bilder von dem Test könnt ihr euch zum Beispiel auf NASA Spaceflight ansehen. Soweit man das von außen beobachten kann, ist nichts Größeres kaputt gegangen. Wobei Leitungen am Startisch mindestens äußerlich etwas in Mitleidenschaft gezogen wurden. Laut Elon Musk liefen alle 14 Raptoren die geplante Testdauer durch. Weiter schrieb er auf Twitter, dass der nächste Test ein 20-Sekunden-Test wird und dass man bei diesem Test mit maximaler Sauerstoffmenge in Booster-Tank arbeiten wird, um die autogene Tankbedrückung zu testen. Bei der autogenen Tankbedrückung wird der Tankdruck mit erwärmten Treibstoff realisiert. Da beide Stoffe ja tiefkalt kriogen in den Tanks sind, werden sie durch Erhitzen gasförmig. Das geht dann wiederum mit einer Vergrößerung des Volumens oder Erhöhung des Drucks einher. Mit diesem Druck kann man dann die Tanks auf Betriebsbedingungen bringen. Natürlich Sauerstoffgas für den Sauerstofftank und Methangas für den Methantank. Wie gut das funktioniert, kann man regelungstechnisch am besten testen, wenn der Tank ganz voll ist, weil so nur ein kleiner Raum oberhalb der Flüssigkeit vorhanden ist, in dem sich das Gas dann ausdehnen kann. Hier kann eine zu langsame Regelung schnell zur Überlastung führen. Zur Erklärung, warum der Sauerstofftank. Der Sauerstofftank ist der größere und der stärker belastete der beiden Tanks, der sich im unteren Teil des Boosters befindet. Bei einem katastrophalen Ausgang des Tests ist es besser, das mit großen Mengen Sauerstoff zu tun als mit Methan. Dann befindet der Tank sich an der Basis, dass es aus Festigkeitsgesichtspunkten mehr Sinn macht, ihn zuerst zu befüllen als den oberen Methantank. Nach diesem Test würde es laut Elon Musk dann noch einen Static Fire Test geben und danach dann der Orbital Testflug. Das wäre doch was. Ich hatte ja gerade erst darüber berichtet, dass die NASA sehr von den Fortschritten im Starship-Programm beeindruckt war und auch von einem ersten Orbitalflug in den kommenden Monaten vielleicht bereits im Dezember ausgeht. Die NASA setzt im Artemis-Programm bisher auf das Human Landing System, kurz HLS, das von SpaceX als eine rein weltraumtaugliche Spezialversion des Starships entwickelt wird. In dem ursprünglichen Vertrag ist von zwei Mondflügen die Rede gewesen. Einer ohne Crew zur Mondoberfläche, um das System zu testen und, wenn das erfolgreich war, einer im Rahmen von Artemis 3 mit Crew. Nun hat die NASA einen zweiten Vertrag an SpaceX vergeben, der eine dritte Landung im Rahmen von Artemis 4 ermöglichen soll. Diese Artemis-Mission war bisher ohne Mondlandung zum Aufbau des Gateways im Mondorbit geplant. Aktuelles Zieldatum für Artemis 4 ist 2027. Eigentlich ist es kein neuer Vertrag, sondern das Ziehen einer Vertragsoption. Diese Option hat einen Wert von etwa 1,15 Milliarden Dollar. Das Ziel dieser Option B ist die Entwicklung und Demonstration eines Starship-Mondlandegeräts, das die Anforderungen der NASA für Missionen nach Artemis 3 erfüllt. Einschließlich des Andockens an dem Gateway, der Unterbringung von vier Besatzungsmitgliedern und der Lieferung von mehr Masse auf die Mondoberfläche. Starship auf dem Mond? Ja, deutlich näher dran sind da die Starts der kommenden Woche. Los geht's da am Montagmorgen, den 21. November, mit einem Falcon 9-Start von Cape Canaveral aus. Transportiert wird mit Euthersat 10b ein Telekommunikations-Satellit und geplante Startzeit ist 3.57 Uhr MEZ am Montagmorgen. Auch am Montagmorgen um 22.19 Uhr MEZ startet SpaceX eine Falcon 9 vom PET-39A im Kennedy Space Center. An Bord ist ein Cargo Dragon mit Fracht für die ISS. Nicht die schlechteste Zeit für einen Livestream, würde ich sagen, naja, dann kommt doch einfach gerne vorbei. Wenn du diesen und kommende Livestreams von mir nicht verpassen magst, am besten zum Abo noch die Glocke drücken, damit YouTube dich erinnert, wenn ich live bin. Am Freitag, den 25. November, startet die europäische Vega-C zu ihrem ersten regulären Flug nach dem Jungfernflug am 15. April diesen Jahres. An Bord sind mit Peledis Neo 5 und 6 zwei Erdbeobachtungstalliten, die die von Airbus betriebene Konstellation vollenden. Mit den in 700 Kilometer fliegenden Satelliten ist eine Auflösung von 30 Zentimeter pro Pixel möglich. Die indische iZero startet am Samstag, den 26. November, ihr PSLV mit einem Erdbeobachtungstalliten zur Überwachung und Untersuchung der Ozeane. Startzeit ist 7 Uhr MEZ. Ich hoffe, meine News heute haben dir gefallen, wenn ja, gern ein Like dalassen und wenn du weitere Neuigkeiten aus der Raumfahrt und meine Technik-Episode mit Raketen-Hintergrundwissen nicht verpassen magst, unbedingt Senkrechtstarter abonnieren. Ein großes Dankeschön geht wieder an meine Schutzengel, die Senkrechtstarter durch ihre regelmäßigen Spenden monetär unterstützen. Vielen, vielen Dank dafür. Ohne euch würde es Senkrechtstarter nicht mehr geben. Ich sage das immer wieder und ich meine das auch so. Ja, als kleines Dankeschön bekommt ihr ja alle meine Videos vorab und ohne Werbung, ihr wirklich aktiv mit den deutschen Sprachraum für Raumfahrt zu begeistern. Hashtag Team Space Ich kann es kaum erwarten, dass wir die nächsten großen Sprünge da draußen unternehmen. Unser persönlicher Apollo-Moment, ja, wir merken jetzt sehr permanent, es geht in die richtige Richtung. Wenn es dir genauso geht, Like nicht vergessen, bis zum nächsten Mal, immer schön senkrecht bleiben. Dein Mau. Dein Mau. Dein Mau. Dein Mau. Dein Mau. Dein Mau. Untertitelung des ZDF, 2020